Der Geräuschehändler Eine Dose Trommelwirbel, eine Flasche Meeresrauschen und eine Prise Kichern obendrauf. All das sind Zutaten, die der Geräuschehändler immer wieder benutzt. Denn zu ihm kommen unterschiedliche Gestalten, nicht nur Menschen, sondern zum Beispiel auch eine Verkehrsampel, der es in der Nacht viel, viel, viel zu still ist. Ihr fehlt alles, was sonst zum Verkehr dazugehört. Und da packt der Geräuschehändler ihr eine kleine Tüte mit ein bisschen Löffel Autohupen und einem Türquietschen und ein paar Katzenschreie hinein, damit es der Ampel in der Nacht nicht so langweilig ist. Solche Geschichten stehen in diesem Buch in dem Geräuschehändler. Es ist zauberhaft schön illustriert. Das hat super viele lustige, aber manchmal auch nachdenkliche Geschichten. Und es macht einfach ganz viel Spaß vorzulesen. Schaut es euch unbedingt mal an. Es ist wirklich richtig schön. Also, es ist ein bisschen Löffel Autohupen und ein bisschen Löffel Autohupen. Untertitelung des ZDF, 2020